Schmeiß den Christbaum raus, wenn das WLAN langsam ist. Das hat die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom herausgefunden. Sie haben Beschwerden gesammelt und festgestellt, dass gerade im November und Dezember viele Probleme mit dem WLAN haben. Daran könnte die Weihnachtsbeleuchtung schuld sein. Lichterketten bestehen aus Kupferleitungen und die könnten stören und das Netz verlangsamen. Das passiert übrigens auch mit Fernseher oder Mikrowellen. Eine kleine Lichterkette kann das nicht beeinträchtigen. Eine fettgeschmückte Wohnung aber schon. Am besten den Router höher stellen oder